Beim Bandfinale dürfte Elena Vitritschenko aus der Ukraine sein. Die sicherlich aparteste Erscheinung hier unter den Sportgymnastinnen. In Atlanta nur in Anführungsstrichen die Bronzemedaille halt hinter Jana Batyrschina und ihrer Landsfrau Ekaterina Serebrianskaya. Für viele aber unverständlich, denn sie galt bei den Experten als die beste Gymnastin. Musik 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 Und bei ihr Riesenamplituden eine unglaublich tolle Körperbeherrschung. Wird übrigens von ihrer Mutter trainiert, Nina. Und sie sollte eigentlich Gruppengymnastin werden. Und erst nachdem die große Alexandra Timoschenko 1992 nach ihrem Olympiasieg abtrat, war der Weg geebnet für Jelena, die auch im Jahr 2000 in Sydney dabei sein möchte, obwohl sie in diesem Jahr schon 21 Jahre alt wird. Musik 19,783 hinter Jana Batyrschina, also Platz 2. Es gibt eine A- und eine B-Note. Das sehen Sie oben eingeblendet, wobei die A-Note, also die für die Schwierigkeit, nochmal unterteilt ist in A1 und A2, also für die technische Schwierigkeit.